LR an mehr Jedem Kunden und jedem Mitarbeiter mehr erreichen. Aber was genau bedeutet mehr für uns heutzutage? Bedeutet es immer schneller, höher, weiter? Oder bedeutet mehr auch mehr Flexibilität, mehr Familie, mehr Sicherheit, mehr Unabhängigkeit? Mehr Gesundheit, Schönheit, Gemeinschaft, Freiheit und Möglichkeit? Mehr kann alles bedeuten. Manchmal ist weniger mehr und manchmal ist mehr auch mehr. All das, wovon du träumst und woran du glaubst, kann mehr sein. Geh keine Kompromisse ein. Was wirklich zählt, ist, was mehr für dich bedeutet. Als starker Partner an deiner Seite ermöglichen wir dir, dein persönliches Mehr zu erreichen. Seit mehr als 35 Jahren investieren wir in Menschen. Wir glauben an mehr Kraft einer starken Gemeinschaft. Mehr Zusammenhalt bedeutet auch, herausfordernde Zeiten gemeinsam zu meistern. Wir setzen auf die Motivation und Inspiration eines jeden Einzelnen. Wir bieten mehr Freiheit für dein Geschäft und gleiche Chancen für alle. Arbeite wo, wann und mit wem du möchtest. Du entscheidest selbst. Erlebe mehr von dem, was nicht mit Geld zu bezahlen ist. Erfolg hat keinen Namen. Gib ihm deinen. Unsere einzigartige Geschäftsmöglichkeit bietet dir die Chance, mehr zu erreichen. Mit hochwertigen Gesundheits- und Schönheitsprodukten made in Germany. Entwickelt und hergestellt auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und mit den besten natürlichen Inhaltsstoffen für mehr Wohlbefinden. Millionen von Kunden sind heute von unseren Premium-Produkten begeistert. Und tausende LR-Vertriebspartner aus 29 Ländern glauben an die Kraft von mehr. Danke für 35 Jahre Leidenschaft, Inspiration, gemeinsame Träume und einzigartige Momente. Wir sind stolz auf den Weg, den wir bisher gemeinsam gegangen sind. Und wir sind bereit für mehr. Bist du dabei? LR Health & Beauty. More quality for your life. ARD Text im Auftrag von Funk